So Leute, wir haben jetzt hier einen schönen Platz gefunden für unsere Aufnahme. Ihr habt es höchstenscheinlich nicht mitbekommen, aber wir haben jetzt ewig an... Mehrere technische Probleme gehabt. Mehrere ist gut. Also wir hatten eigentlich Konfi-Aufnahmen vorgehabt. Was nicht funktioniert hat, da uns zweimal der Server getötet wurde, möchte ich schon sagen. Mehr als getötet. Wir durften den Server komplett neu aufsetzen. Ja. Und jetzt haben wir einen schönen, ja, schönen Berg gefunden. Jetzt gehe ich mal gerade drauf. Alter, ich vergesse immer, wenn ich F10 drücke zum Aufnahmemachen, dann geht der kurz raus aus dem Bildschirm und dann hast du halt Standbildschirm. Bist du wieder den, das sozusagen, wieder in den Vordergrund holst. Das heißt, du hast gerade gar nicht aufgenommen. Nee, nee, doch, habe ich. Aber es war halt Standbildschirm. Ich habe dich jetzt nicht rumgucken sehen oder so. Es war halt komplett die ganze Zeit Standbildschirm, wie wir uns halt da die komplette Zeit halt einblotzen. Also wir haben jetzt vor, wir werben uns jetzt hier in diesen Berg an. Ja, hier machen wir den Eingang, genau hier. Genau hier machen wir den Eingang nach innen. Da hören wir so eine kleine Ecke raus, sozusagen. Hey! Hey! Nichts cheaten! Nichts cheaten! Ich hatte ja von vorher noch. So. Scheiße, cheater. Ach, hör auf, jetzt scheit mir die am Anzahnen. Hey, aber wenn jetzt eine stirbt, dann musst du mich halt tippen oder so. Weil wir haben uns noch halt noch nicht. Du bist auch... Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn wir uns da tippen oder so. Ich habe gleich mal ein paar Erzigen gefunden. Ich guck mal nach ein paar Bäumen. Die müssen wir auf jeden Fall vor der Tür noch anpflanzen und so. Ah, Rubber Trees. Sehr wichtig. Die müssen wir hier in der Nähe einfach um den See sozusagen anpflanzen und so. Also... Wir brauchen eh zwei Bäume, weil ich hab hier nichts Holz. Du baust dich schon mal in den Berg rein, so Kerne, so einfach einen kleinen Raum sozusagen. Später bauen wir ein bisschen was mehr, aber nicht zu groß erstmal. Und ich guck jetzt nach Bäumen und vor allem, wenn mir zufällig ein Rubber Trees vor die Dings fällt. Aber kein Dschungel, weil die sind scheiße, ehrlich gesagt. Ich guck nach normalen Rubber Trees und dann pflanze ich die nämlich dann vor der Tür. Dann haben wir nämlich da zumindest mal genug und dann... Aber... Ah, herrlich. Warte. Komm mal kurz raus. Hier oben, wo ich stehe. Ja. Ich glaub das sind drei... Zehn... Zehn Rubber Trees oder so. Oder zwanzig. Dann haben wir auch gleich noch ein Jungle View, äh... Ein Moorgebiet. Cool. Ein paar Bäume, Eis haben wir auch nicht. Also ich bräuchte auf jeden Fall Holz, weil ich brauch ne Workbench. Äh, okay, okay, warte. Kein Holz wäre... Alter. Ja, ist schon weg. Ja, aber ich bin doch gestorben, hast du das nicht aufgesammelt? Neu. Du hast mich zu dir teleportiert und dann bin ich gestorben. Oh, ich hab gleich mal Sticky Risen. Hast du noch ne Axt? Äh, ja. Ja, dann... Warte, ich komm gleich zu dir, weil dann ist ja Timbermuth. Ach, stimmt, ja. Weil dann bin ich nicht die... Nämlich nicht die ganze Zeit hier. Oh, gleich mal Sapling, okay. Wunderschön. Warte, ich bin gleich da. Okay. Ich sag doch nicht, ich schrei, ich schrei. Alter, ich brauch so langsam mal Essen. Aber jetzt kann man ja auch gleich mal. Noch sterbe ich nicht. Noch kann ich sogar noch... Ne, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Okay, jetzt gibt man kurz Axt her. Hast du schon Holz? Vielen Dank. Äh, Rubber Tree. Ja, natürlich kann ich erst mal benutzen. Danke. Ähm, soll ich erst mal mit den normalen Bäumen kommen, oder? Ist mir egal. Bei Rubber brauchen wir erst mal jetzt noch nicht so doll. Warte, ich kenne erst mal hier eine Kurs geht gerade nicht. Tut mir leid. Die können wir später noch ein... Ein, ähm, Dingsen. So, ich versuche hier gerade Leder zu futtern. Ne, ein bisschen zäh. Ähm, wir können die auch später mal einsperren und dann züchten. Weil wir brauchen A, Leder für die Bücher. Und Enchantment und so. Und das ist halt auch sehr wichtig. Ach, und wer es nicht weiß, wir nehmen gerade hier mit meinem Mikrofon auf. Zu zweit, sozusagen. Weil ich hoc hier genau gegenüber. Es wird das nächste Mal höchstwahrscheinlich nicht sein in der nächsten Aufnahme-Session. Aber pff, scheiß drauf. Wir haben Licht! Licht! Wow, genius! Warte, erst mal kurz das Fleischfutter. So, ich hab dir mal den Eingang markiert. Markiert, vielen Dank. Äh, Waypoints muss ich nachher noch setzen. Oh, wäre ne Idee. Damit wir wenigstens wissen zur Not, wo wir hinlatschen. Das habe ich jedes Mal gemacht. Plopp. Ich hab schon zwei Rubber-Tree-Sapplinge, aber ich wollte ja normales Rubber-Eist-Mach, äh, normale Trees-Mach. Da ist ein etwas kleiner Baum. Boah, wäre ich da jetzt untergefallen, Alter. Ich hätte es so gedacht. Plopp. Ein paar Zapplinge, ein paar Äpfel, oh, Creeper. Wow, Creeper! Alter. Ja. Das hast du jetzt nicht gekauft, oder? Was? Nee, 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 war nur ein Creeper. Ach, nur ein. Nein, noch einer. Alter, wollt ihr mich verarschen, ey? Ist ja irgendwo... Ein Spawnplatz von Creepern, oder wie? War grundmöglich. Ich hab mir hier nur ein paar Zapplinge ein, und schon werde ich hier... Warte, wenn ich jetzt reinkomme, ey. Ja, auch geil. Erstmal rausschneiden. Äh, okay. Nee, ich hab jetzt hier erst mal 22 Holz. Brauchst du grad was? Sonst würde ich nämlich... Nö, ich hab noch. Mir reicht's gerade. Okay. Boden kannst du ja auch noch reinzimmern, wenn du willst. Da würde ich eh sagen. Da brauchen wir immer noch eine Säge. Abwohl für... Achso, ja, eine Säumel. Die ist wirklich praktisch eigentlich. Aber ähm... Ganz ehrlich... Das... Den Boden würde ich aus hellem Holz machen. Aus Birke. Hm. Und... Weiß warum? Nö. Weil der passt richtig gut zu Basaltwänden. Ich finde es richtig schön, wenn du die Wände auskleidest mit Basalt. Und dann den Boden... Wunderschönes helles Holz. Ähm... Okay, da ist mir grad grad in die Dings kaputt gegangen. Naja, ich bin ein bisschen erkältet, wohl warte. Eigentlich ist es eine Allergie. Gegen was wissen wir selber noch nicht. Also meine Eltern, ich und so. Wir sind ja alle noch nicht so wirklich gegen was. Aber ähm... Ja. Wenn ich mich ein bisschen scheiß anhöre, entschuldige ich mich. Toll höchstenscheinig eh gleich noch... ...antihistaminika. Oder ich trinke einfach kurz was von dem Zeug. Dann sollte ich mich auch gleich besser anhören. Du hast noch nicht zufällig Eisen? Äh, nö. Aber Copper. Also, ich weiß halt wo Copper isch. Ich kann auch gleich mal auf Suche gehen, wenn du isch. Okay. Na, heißen wir halt jetzt. Zepplinge. Mach gleich mal ne Truhe und tu die Zepplinge schon mal rein machen. Obwohl, du kannst, wenn du Zeit hast, kannst du... Warte, ich hab hier zwei Äpfel für dich. Dann haben wir beide zwei Äpfel. Du musst mal ein Bunker des. Wenn du Zeit hast, kannst du die Zepplinge auch schon mal, ähm... Ja, irgendwo hinpacken halt. Okay. Äh, okay, ich geh mal aufs Suche nach Grissel Eisen oder so. Äh, bau mal für mich kurz ne Spitzhacke. Was für ne letzte gern? Äh, Stein. Okay. Wenn wir jetzt schon Stein haben. Warte kurz. Mach gleich zwei für dich auch noch eine. Okay. Ah, da seh ich halt wie weit du bist. Also. Du, Copper. Geh. Kommst zu wo. Einkaufe. Ja, ja. Warst du boh. Ist okay. Ich muss nachschätzen. Nix, nix. Und, ähm, ich geh ins Winsen. Ja, okay. Okay? Ja. Okay. Also. Bis denn. Jo. Macht's gut, ihr zwei. Danke. Tschö. Können wir mal jetzt hier aufmachen? Nein, lass zu. Ist okay. Kann ich zu lassen. Okay, jetzt nehm ich auch gleich mal mein Antihistaminiker. Es ist es es. Es schnitt jetzt eh nicht mehr. Es schneiden wir einfach nicht raus, okay? Warte. Ähm. Abzählt. Also, wenn ihr gerade schnell den Gehen kommt, fissen. Ähm. So, dann kommt.